Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 21. Sasuolo ist heute auf dem Plan mit Brescher. Wäre schön, wenn wir die beiden Spiele gewinnen könnten, weil das würde bedeuten, dass wir mindestens auf Platz 2 landen zur Winterpause, die dann auch gleich dabei ist. Ich würde sagen, wir machen heute die beiden Spiele und dann gucken wir mal, was wir noch so machen können. Wird schwierig, weil die Fitness ist momentan halt auch ganz schön mistig. Ich habe den Jungs ein bisschen Platz gegeben im Trainingsplan für ein Päuschen, ansonsten halt auch nicht so krass gepusht. Also ihr seht, das ist jetzt halt nicht wirklich der krasseste Trainingsplan. Und wir hatten den Spielern halt nach der vergangenen Partie noch eine Pause gegeben. Fitness an sich sieht gut aus, mal schauen, was die Erschöpfung sagt. Leicht müde bei Schafe, Rodrigues, Sila, Equala und Baluzza. Ja, okay. Sila, Baluzza werden spielen. Wobei, Baluzza könnte man eventuell rausrotieren für Brescianini. Das könnte vielleicht sogar Sinn machen, das mache ich auch. Und dann geht es los in die erste Partie dieser Folge. Wie gesagt, heute machen wir auf jeden Fall nur zwei Spiele und dann möchte ich mal schauen. Ich habe ein paar Shortes gemacht, darauf kommen wir dann gleich. Ist so ein bisschen hin bis dahin. Ansonsten, auf geht's Jungs, mit dem Sieg. Wäre sehr schön. Wäre vor allem sehr wichtig. Sassoulo im 4-2-3-1, Pirola und Kabak sind die Innenverteidiger. Ansonsten, Nelly Salcedo ist der Stürmer. Pablo Vornhals auf der linken Seite und wir haben Felipe Cruz und Solomon. Ja, Cruz. Ja, schöner Ball und Poscos. Sehr schön. Ich hatte mir überlegt, das habt ihr auch mitbekommen, die letzten paar Folgen, ob ich mir den, ich glaube Plascho heißt er, den Uruguayer holen links außen. Schwierig, ne? Sehr schwierig, weil Poscos hat eine bessere Saison als letztes Jahr. Bisher, bisher muss man sagen. Ünder dafür eine schlechtere. Also ich glaube, wir sollten schon was machen auf der linken Außenbahn. Das Ding ist halt, macht das so an sich Sinn, weil Plascho müssten wir dann auf jeden Fall für die Rückrunde verleihen. Also ich glaube, mit Ünder und Poscos möchte ich schon in die Rückrunde gehen. Anders ist es da auf der rechten Seite, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das mit Solomon und mit Andres so klappt. Da könnte ich mir vorstellen, kaufen wir uns einen neuen und verleihen da ein anderes für ein halbes Jahr. Schwierig. Erstmal schauen, was Cruz macht. Oh, Solomon und De Luca bleibt am Innenverteidiger Kerber King. Schade. Julian von Moos auch mit der gelben Karte schon bei Sassoulo, damit beide auf der rechten Außenbahn. Mit Gelb. Haben anscheinend große Probleme mit Poscos und Kabyanka. Kuss gleich mit dem nächsten Ball rein. Netkov trifft leider nur den Pfosten. Ach, wie typisch, ne? Wie typisch. Ein paar Tourine haben sie auch noch. Ja, nicht wirklich gut, aber Hauptsache nicht den Angriff vollendet bei Sassoulo. Regini sieht dadurch auch gelb. Ist ein bisschen abgetaucht von der Leistung her, die letzten paar Spiele. Ich schiebe es komplett auf die Fitness, würde ich sagen, nach der Winterpause jetzt. Wir haben maximal anderthalb Wochen Pause, glaube ich. Sollte das wieder aufwärts gehen mit der Form bei Regini, denke ich. Der bisher ja eine super, super Saisonspieler. Ansonsten sieht gut aus bisher, aber es ist halt auch nur ein 1 zu 0 und das macht ein bisschen Sorge. Sassoulo bisher noch ohne Torschuss. Das wissen wir auch, ist das Schlimmste, was eigentlich da oben links stehen kann. Solomon auch wieder mit einer 6,4. Also rechts außen habe ich leider wirklich Probleme dieses Jahr. Der Luca auch bisher eine 6,5. Jungs, da geht noch ein bisschen mehr. Wirklich, ne? Glaubt mir. Sassoulo immer noch ohne Torschuss. Oh Gott, ey. Oh Gott. Postkurs hat ein bisschen was abbekommen, glaube ich. Oder vielleicht war es auch die generelle Finder. Sassoulo hat den ersten Torschuss gehabt. Das ist gut für uns. Andres wird jetzt reinkommen für Solomon. 15 Minütchen noch. Wir haben nicht wirklich jetzt viel gesehen in dieser zweiten Halbzeit. Der Luca geht auch. Dann kommt Rovalia mal rein. Und der letzte Wechsel wird dann gleich Pavlovich werden für Regini, während Sassoulo auf ein enges 4-2-3-1 umgestellt hat mit drei Zehnern. Ja, Kavianka. Auch schon Geld mittlerweile. Andres mit dem Kopfball. Leider, wie kennt's, über das Tor. Ganz ehrlich, wir haben ja fast gar nichts gesehen. Also mich würde jetzt wundern, wenn wir viel Nachspielzeit haben. Das ist ja irgendwann wahrscheinlich... Ja gut, hier ist ordentlich. Von Hals mit einer 5,9. Zeitspiel mittlerweile bei uns, ne? Damit wir die Punkte safe haben. Und das ging super schnell vorbei. Das war's schon mit dem Spiel. Erste Halbzeit war ein bisschen zu sehen. Sonst gar nichts. Ein knapper Sieg gegen den Tabellenzwölften. Aber hey, immerhin, ne? Geht aber halt auch wirklich besser, ne? Also Solomon werde ich rausnehmen für die nächste Partie. Dann wird wieder Kachala spielen. Kavianka müssen wir setzen. Das wird dann Markus Sala machen. Und... Beim Rest gucken wir mal, was die Fitness dann so sagt. Ne, Iqbala würde ich dann mal mitnehmen. Für das Spiel gegen Brescher gleich. Ich weiß gar nicht, ob dann die anderen spielen. Weil wir müssen ja immer noch ein Spiel nachholen gegenüber Lazio, glaube ich. Ne, Quatsch, gegenüber Juve. Oder haben wir das mittlerweile gemacht? Wir haben jetzt am Freitag gespielt. Also müssen jetzt alle ihren 16. Spieltag haben. Also müssten wir dieses Spiel gegen Brescher wahrscheinlich nachholen. Oder ist das unser Nachholspiel? Juventail wird dann leider ab sofort nicht mehr wirklich relevant für uns werden, weil der FM 22 kommt ja jetzt schon bald. Wundert mich ehrlich gesagt, dass es immer noch keine News gibt. Gut, kann natürlich mittlerweile sein. Heute ist der 6. September. Ich erwarte eigentlich mittlerweile fast täglich die News. Ich meine, wann wird der kommen? Mitte November wieder. Beta wird dann wieder Ende Oktober rauskommen. Müssen wir mal schauen, wie wir das gut abpassen mit dem Ende der Serie. Ich hoffe, dass wir bis dahin noch was gewinnen. Ich muss sagen, bisher bin ich sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Ich hätte gerne mehr Erfolg bisher gehabt. Aber vielleicht ist ja diese Saison die Saison, die wir brauchen. Wer weiß. Also zwei Saisons oder anderthalb Saisons werden wir auf jeden Fall noch spielen. Man könnte ja auch eventuell, wenn man den Kader dann fertig hat, auch ein bisschen anziehen. Je nachdem, wie dann auch diese Saison läuft. Wenn wir uns vielleicht früh aus dem Titelkampf verabschieden und es dann relativ fix ist, dass wir Champions League spielen. Oh, Brescia hat 3-1 gewonnen. Lazio nur unentschieden. Das ist gut für uns. Und Inter spielt gleich noch. Ich schätze mal Montag. Und unser Spiel gegen Brescia ist dann wirklich das Nachholspiel für den 16. Wobei Juve auch nur 15 hat. Also wir sind nicht die Einzigen, die am Mittwoch dann spielen werden, höchstwahrscheinlich. Ja, einfach mal gucken. Wir nehmen es so, wie es kommt. Also wenn wir Champions League dann schon fix haben sollten, aber keine Chance mehr auf den Titel haben, kann ich wahrscheinlich auch mal 4-6 Spiele in eine Folge packen. Je nachdem, wie viel da zu sehen ist. Sala, ja, du wirst ja ein bisschen mehr spielen. Jetzt halt die Packen, bitte. Brescia konnte die Unzufriedenheit nicht lösen. Wir auch nicht. Vielleicht, dann würde ich sagen, versprechen wir ihm das, dass er die Einsatzzeiten bekommt. Weil er die nächste Partie ja sowieso von Anfang an spielen wird. Dann haben wir ein bisschen Pause. Ich hoffe, dass das nicht zu schlimm ist. Also nicht, dass er sich denkt, ich spiele jetzt hier die anderthalb Wochen nicht. Was ist los? Und dabei haben wir halt gar kein Spiel. Und mal schauen, ob wir das hin und hinkriegen. Ansonsten, ihr habt gesehen, Inter hat leider 3-0 gewonnen. Also, die bleiben vor uns. Und jetzt haben wir unsere letzte Partie gegen Brescia im Jahr 2027. Cruz ist leicht verletzt. Müssen wir schauen, ob wir den auswechseln müssen, während Kabyanke im Team of the Week ist. Umso ärgerlicher natürlich, dass wir... Haben wir eigentlich immer noch ein Transfer-Embargo? Hatten wir ein Transfer-Embargo? Mir war so. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ja, mal schauen, ob wir dann gleich noch eine Übernahme haben, ne? Ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich habe das gerade komplett vergessen, ehe ich das mit Guardiola gerade so gesehen habe, dachte mir, hä, irgendwie war doch da was, ne? Weil normalerweise, wenn halt du Übernahmegerüchte hast mit der Tendenz, dass der Trainer gewechselt wird bei diesen Übernahmegerüchten, dann, oder bei der Übernahme, dann steht da meistens eher, dass der neue Vorstand oder whatever halt, dann gerne Guardiola als Trainer haben möchte. So, Brescia. Mal schauen, was da jetzt bei rumkommt, ne? Beim Takeover. Wenn es denn überhaupt zur Stelle kommt. Filipe groß kann, Rovale kann auch. Sassoulo Juve und Salanitana Milan sind noch interessante Partien. Fiorentina ist nur auf 8, also ich glaube, die sind eher uninteressant für uns. Zwei Pünktchen sind wir hinterher, also mit einem Sieg wären wir wirklich Herbstmeister. Das Ganze am 22. Dezember. Mafisch bin ja gegen Arkadios Goal. Und ja, relativ typisch immer noch für Brecher, ne? Also Velardi ist jetzt bei denen in der Startelf anscheinend. Zwölf Einsätze, ein Tor. Aber es ist halt Ex-Spieler, ne? Also von daher könnte es sehr wehtun. In Boimo ist er dabei, wie immer, Carbonero, Palumbo und Russo im Tor. So, Poscos ist noch leicht angehört. Poscos brauchen Päuschen. Hm, ja, bei Ünda ist er noch kaputt. Das wird auch noch mindestens bis Ende Januar dauern. Kavianka gesperrt, klar, wussten wir. Ansonsten sind die eigentlich alle fit genug, dass sie jetzt auch das Spiel noch spielen könnten. Kachala rein für Solomon macht auch Sinn. Ja, komm. Ey, Leute, es ist halt wirklich der Tabellen 16 oder so. Klar, die haben gerade gewonnen gegen Spal allerdings. Also müsst ihr schon hinbekommen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass wir gleich das Tempo noch wieder hochstellen am Start. Genau, jetzt. Ach stimmt, Jago Gomez war das ja hinten noch. Und wir haben die erste Szene sogar nach 30 Sekunden. Und Brescia hat den Ball. Aber Carbonero verliert den Ball gegen Poscos. Wow, risky. Interessante Ballannahme von Regini war gut. War sehr gut. Und dann eine riesige Parade von Rosso. Wow. Wow, was für eine Parade. Wanki schön schnell gespielt, ne? Hat sich gelohnt, das Tempo hochzuhalten. Hat man gleich schön gesehen in dieser Szene. Aber, ja, wenn der Keeper dann so eine krasse Parade raus hat, der hat halt sofort eine 7,2 dadurch bekommen. Also 0,4 gab es für diese Parade. Ehrlich gesagt, zu Recht, das war eine saukrasse Parade. Poscos, mhm. Sila. Asala. Und erst mal wieder hängen bleiben, aber Kachala ist doch da. Sehr schön, 1-0. Also Kachala ist wirklich der beste Rechtsaußen, den wir momentan im Team haben. Und deswegen könnte man sich sogar schon fast überlegen, ob man vielleicht beide Rechtsaußen austauscht. Sprich, dass wir Sodomund verkaufen, einen neuen RM holen. Uh, Sassoulo führt gegen Juve. Und dann anderes verleihen und schauen, was aus dem wird. Mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Folge, gucken wir mal, was so passiert. Erstmal müssen wir jetzt hier schnell das 2-0 machen. Da ist Flavio De Luca. Viele, viele Gegenspieler vor sich. Flanke kommt nicht wirklich gut. Aber Regini ist da. Also dürfen wir gleich nochmal anreffen. Geiler Ball. Und... Was ist mit diesem Russo los, alter? Holy shit. Also der Schuss von Kachala kam schon sehr zentral auf den Torhüter. Aber das war trotzdem eine saukrasse Parade schon wieder von Russo. So, Regini. Ja, Russo verbessert seine Note auch auf eine 7,5. Trotz Gegentor. Es wird nicht so schön werden hier in dieser Partie, glaube ich. Uribo und Salah mit den gelben Karten bei uns. Leggari und Gomes bei Brescia. 11 zu 1 Schüsse, 5 zu 1 aufs Tor. Ex-G-Wert ist bei uns entsprechend unserer Tore mit 1,28. Wir haben ein Tor. 92% zu 86% angekommene Pässe. Die Doktor aus Brescia hat mehr Ballbesitz. Velardi bisher mit einer schlechten Leistung. Aber es ist halt immer noch ein Ex-Spieler von uns. Das geht nie gut. Sila und Brescia Nini auch mit gelb. Jungs, hier wird geholzt. Hier wird richtig geholzt. Mit der Pausenführung sind wir zufrieden, würde ich sagen. Aber es geht noch mehr. Regini war jetzt nicht so davon erbaut, von meinen Worten. Russo mit der Wandene 7,8. Alles klar. Alles klar. Also ein 2 zu 0 würde mich extrem beruhigen. In der aktuellen Konstellation wäre Brescia übrigens auf 14. Postkurs, ja, die Fitness, da müssen wir gleich wechseln. Wird wahrscheinlich Amado Traore sein Debütverein. Da ist nochmal Postkurs. Ja, vielleicht Salah, Postkurs. Irgendjemand muss den Ball mal jetzt rein verfrachten in den Fünfer am besten. Ah, Kachala mit dem Kopfball auf Russo direkt. So, dann gibt's das... Haben wir Traore gar nicht mitgenommen? Echt nicht? Das enttäuscht mich. Ein bisschen starker Ball, aber dann ist der Luka zu egoistisch. Oder zu naiv. Oder alles. Weil er probiert den Lupfer und scheitert damit schon am Gegenspieler Nummer 1. Da muss Nikoli reinkommen. Ich dachte eigentlich, dass ich Traore mitgenommen habe. War anscheinend nicht der Fall. Tore Cruz hat ihn gerade noch so im Spiel gehalten, dachte ich. Aber ich glaube, die Flanke war dann eine Maus. Also Nikoli rein für Postkurs auf der linken Außenbahn. Knapp 20 Minuten noch. Brescia hatte immerhin einen Torschuss. Also es kann uns nicht passieren, dass wir mit dem ersten Torschuss vom Gegner gleich das Gegentor kassieren. Russo mit einer 7,9. Spielt weiterhin überragend. Ranocchia wird reinkommen für Silla. Und so langsam mache ich mir Sorgen, weil wir müssten wirklich das 2-0 machen. Der Luka. Er sollte es eigentlich machen. Er darf einfach durchspazieren. Er darf durchspazieren. Und Russo mit der nächsten guten Parade. Und der Luka mal wieder leider mit einem sehr schlechten Abschluss. Sala auch schlechte Note. Ich werde mal wieder auf Zeitspiel gehen. Russo mit einer 8,3. Nesovic kommt nochmal rein. Ein wenig Chance jetzt für ihn zu brillieren. Aber warum nicht, ne? Warum nicht? Fünf Minuten gibt es und drauf. 4-4-2 jetzt bei Brescia. Juva hat das Spiel gewonnen in der 88. Und wir wieder mit dem absoluten Minimum. 1-0. Da muss ich echt mittlerweile sagen, ich bin unzufrieden mit der Leistung. Weil wir immerhin nehmen es alle an. Alle motiviert. Bis auf Pavlovich und Solomon, die nervös waren. Aber das ist jetzt nicht so relevant, weil die haben nicht gespielt. Herbstmeister. 42 Punkte. Nach 16 Spielen. Sehr gut. Aber es gibt Sachen, die müssen wir ansprechen halt, ne? Wir schießen aktuell zu wenig Tore schon wieder. Ich meine, kassieren wir keine dummen Gegentore aktuell. Aber wir sind nicht auf dem hundertprozentigen Leistungsniveau. Und da müssen wir aufpassen. Schwierig, ne? Ich meine, wir haben die zweitmeisten Tore der Liga gemacht mit 35. Haben aber auch die zweitbeste Defensive mit nur acht Gegentoren. Nur Inter hat mit fünf Gegentoren weniger kassiert. Und auch nur die haben mehr Tore gemacht mit zwei mehr. Und wir sind immer noch ohne Niederlage, sehe ich gerade. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, wir hätten schon der kassiert. Aber haben wir anscheinend nicht. Boah, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Weil es sieht alles so schön aus, ne? Du denkst ja, ja, Herbstmeister, Platz 1, alles schön. Zweitmeistertore, zweitbeste Gegentorstatistik. Alles toll, alles schön. Spieler sind glücklich. Mhm, mhm, mhm. Aber die Leistung, ne? Wir wissen halt, dass es viel, viel mehr gibt in unserer Mannschaft an Leistung. Und das ist momentan einfach leider nicht abgerufen. Und es ist halt wieder nur eine Frage der Zeit. Finde ich ehrlich gesagt. Dass wir dann diesen Break drin haben. Weil das ist ja jetzt momentan komplett das, was im FM in Ordnung ist. Ich hate ja so oft. Na, das finde ich gerade okay. Weil ich muss jetzt gerade bewusst sein. Und das ist mir auch gerade bewusst. Dass ich momentan das Problem habe. Meine Mannschaft spielt auf dem absoluten Leistungsminimum, um ein Spiel zu gewinnen. Gegen Sassoulo oder Brescia. Jetzt kommen halt richtig, richtig dicke Brocken mit Lazio. Da haben wir gleich dann auch leider Ranocca und Nedkov gesperrt. Was extrem schlimm sein wird für uns. Inter und Juve. Die Leistung gegen Sassoulo und Brescia wird niemals gegen diese drei langen. Nie. Nie, 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 nie. Und wir machen es ja gerade so, dass wir die Spiele gerade noch gewinnen. Aber irgendwas müssen wir machen. Die Frage ist jetzt, liegt es an den Spielern, die spielen? Liegt es an der Fitness? Liegt es an dem Krankenwagen, der draußen gerade rumfährt und leider sehr laut ist? Es sind zwei sogar. Ich glaube, es ist sogar Feuerwehr, so wie es anhört. Wird aber egal. Und das müssen wir jetzt bis Lazio hinkriegen, damit wir diese drei Spiele hier in der Liga alle gewinnen können. Und einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft machen. Weil auf die drei Spiele wird es halt ankommen. Lazio ist auf drei, Inter auf zwei, Juve auf vier. Also viel mehr Meisterschaftskampf geht jetzt eigentlich gar nicht mehr in den nächsten paar Folgen. Aber gut, jetzt machen wir erstmal ein Winterpäuschen. Elf Tage bis zum nächsten Spiel. Ich habe meinen Jungs den 24. und 25. freigegeben. 26. interessiert keinen mehr. Da ist Weihnachten vorbei. Frohe Weihnachten. Und dann schauen wir mal kurz auf die Shortlist, die ich gemacht habe. Also meine Tendenz ist jetzt erstmal, wir gucken nach den Leuten, die gleich keinen Vertrag mehr haben. Weil das wird als erstes reinkommen. Am 1. und am 31. glaube ich sogar schon. Unsere U18 hat 6 zu 0 gewonnen. Unsere U20 hat 3 zu 0 gewonnen. Und Mancini hat in 18 Monaten keinen Vertrag mehr. Wer hat noch keinen Vertrag? Nikoli, das weiß ich. Hier irgendjemand? Aber Aki ist ehrlich gesagt nicht relevant. Der kann ruhig gehen. Und hier haben alle einen Vertrag. Ja, was machen wir mit Nikoli? Was machen wir mit dir? Also er ist halt wirklich eine Backup. Aber ich glaube, ich würde mit ihm verlängern, wenn er nicht mehr haben möchte, als 12.000. Ich werde mal hier runter gehen. Das lasse ich mal drinnen. Aber wobei, dann hatet er mich wieder. Weil ich das dann nicht einhalte. Ne, das sollte ich rausnehmen. Oder das ist ja kein vorgeschobener Spielmacher. Okay, er nimmt es an. 20.000. Wir können ja bei den Klauseln ein bisschen nach oben gehen. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich würde schon gerne versuchen, unter 12 zu landen. Das wird nicht möglich sein. Da mache ich mir jetzt keine Hoffnung. Fünf Jahre ist mehr, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu viel. Aber das können wir auf jeden Fall nicht ändern. Da sind die Spieler, da lassen sie sich meistens nicht irgendwie einlullen. So, machen wir mal 10.000 pro Tor und Vorlage. Auflaufprämie kann auch ruhig auf 5 sein. Team of the Year Prämie machen wir mal 150.000, mehr als sonst. Länderspielprämie machen wir auf 15, passt auch. Ersatzspielerprämie machen wir mal 2, weil wir haben ja viele Plätze frei auf der Bank. Die besetzen wir auch immer. Und Nikoli ist ja meistens dabei. Was sagst du zu 10? Er möchte 18 haben. Ich glaube, man könnte sich auf 14 einigen. Aber ich würde mich gerne auf, wenn es geht, 12 einigen. Ich mache aber hier wieder die 2, 5. Oh, er geht jetzt schon auf Orange. Ah, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich probiere es mit 13. Ansonsten werden wir nochmal später versuchen. Ah, nimmt es an. Okay. 13 ist gerade so noch in Ordnung. Ich habe gerade gesehen, er ist unzufrieden wegen dem Training. Da müssen wir mal kurz reingucken. So, Nikoli ist besorgt. Okay. Dann machen wir die Schelligkeit mal raus. Wolltest du halt haben, aber so sind halt die Spieler im FM. Wollen wir mal was haben, dann kriegen sie es und dann wollen sie es eben nicht mehr. Der Pfeil bei Dickmann geht runter. Leicht verschlechtert. Warum? Finde ich nicht gut. Ja gut, ist mittlerweile auch schon 31. Weiß ich, ne? Aber Uribe ist auch nicht zufrieden mit dem Training, weil... Wissen wir auch nicht, ne? Training ist halt ganz normal. Determination ist halt runtergegangen aufgrund der Gesamt-Determination im Verein. Aber naja. So, ich habe gesagt, ich wollte mal auf die Vertragsspieler schauen. Also ich habe momentan 18 Spieler drin. Ich habe jetzt mal kurz reingeschaut, um halt einige Werte rauszufiltern, ne? Aber viel habe ich jetzt halt nicht gemacht. Mittlerweile, ja gut, sind noch alle dabei. Was könnte man denn so gebrauchen? Einen Rechtsverteidiger könnte man gebrauchen. Der müsste dann besser sein als Dickmann. Das könnte sogar der Fall sein, dass er ähnlich wie Dickmann ist. Der Franzose hier, Vargas. Ah, Elfmeter ist nicht so wichtig. Ist bei uns ein Flügelverteidiger. Könnte vielleicht sogar eine Variante sein. Dickmann hat allerdings auch noch bis 29 einen Vertrag. Was würde der denn haben wollen? 9 bis 11 nur. Fällt den wichtigen Spielen ab? Was hast du an mentalen Werten? Oh, sieht aber eigentlich gut aus. Könnte man schon darüber nachdenken, Dickmann vielleicht durch ihn zu ersetzen? Weil Dickmann verdient wirklich super viel Geld. Und ist halt alt. Ich meine 35.000. 31 Jahre alt. Also Vargas macht schon Sinn. Als Backup-Rechtsverteidiger. Da müsste man mal kurz noch schauen, was mit Daimann passiert. Aber es ist eine gute Idee. Ist eine sehr gute Idee. So 6er bräuchten wir er nicht. Ist aber auch kein 6er. Aber beim ZM würde ich wahrscheinlich Ranocchia vorziehen. Also Nartei geht raus. Ramon Enrique sieht ähnlich aus. Aber ich glaube auch hier ist dann Ranocchia besser. Gerade von den mentalen Werten her. Und er ist halt schon deutlich länger bei uns. Und er pusht halt immer. Ich meine am Anfang der Saison hat er halt Sila den Rang abgelaufen. Lewis O'Brien sieht ein bisschen besser aus als die anderen beiden. Auch vom mentalen her. Nimmt nicht die EU-Platz weg. Dürfen wir nicht vergessen. Aber ist halt auch schon etwas älter. Ja, deswegen auch raus. Weil 3 Jahre sind er zwischen Ranocchia und O'Brien gewesen. Da glaube ich schon, dass Ranocchia eh rankommen würde dann an diese mentalen Werte. So ein Rechtsaußen-Talentchen. Der noch könnte... Das könnte eventuell interessant werden. Das schauen wir nochmal. Aber Barth hat doch bestimmt eine Klausel, ne? Haben sie nicht. Interessant. Könnte sehr interessant werden. Dennis Mann könnte super interessant für unsere rechte Außenbahn sein. Ist auch gerade schon 29 Jahre alt geworden. Vergleichen wir mal fix mit Solomon. Wenn ich das hier mal treffen würde. Ist schon interessant. 64.000 bis 85.000. Da müsste man aber wirklich Solomon loswerden. Andernfalls macht das keinen Sinn. Wieder mal ein ZM oder OM. Da wäre die Idee wahrscheinlich eher, dass man den Pavlovich ersetzt. Aber wenn ich mir das schon anschaue, dann macht das gar keinen Sinn. Ein Thai haben wir mal. Selten, dass ich Thailänder habe. Ich finde immer sehr, sehr interessante Spieler. Aber die sind dann meistens... Oder ich bin dann meistens im Spiel schon so fortgeschritten, dass die halt keinen Sinn mehr für mich machen. Weil so ein Spieler jetzt zum Beispiel, den hätte ich vor zwei Jahren perfekt gebrauchen können. Vor zwei Jahren hätte ich den sofort geholt. Aber ich glaube, mittlerweile sind halt alle Spieler, die wir haben, besser als Ekanid Panja. Wobei er echt gut aussieht. Also finde ich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, ob man dann eher auf OM gehen würde oder ob man eher auf linksaußen gehen würde. Aber ich glaube, ich würde sogar eher auf linksaußen gehen. OM sieht schon sehr gut aus. Metzala hat schon echt gute Werte. Eigentlich sieht er da sogar teilweise besser aus. Pavlovich ist besser. Die Sache ist, Pavlovich ist halt komplett im Schatten von Regini. Wäre Panja aber wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, Eckenelfmeter ist nicht so viel wert. Flanken auch nicht, Freistöße auch nicht. Passend ist Pavlovich besser. Herr Pavlovich, wie machst du dich denn eigentlich? Du hast jetzt zwölf, elf Einsätze hast du bisher gehabt in der Liga. Ne, Champions League hat es nur noch einen kurzen Satz. Ne, ist halt schwierig. Regini ist halt absolut gesetzt. Aber Panja ist halt 28. Also er ist noch komplett in der Blüte. Wenn wir mal vergleichen mit... Ja, machen wir mal Cengiz. Cengiz ist komplett ausgeschrieben. Uh, schön viel bessere mentale Werte. Und er ist 30, Leute. Und er hat jetzt eine schwere Verletzung. Also wir müssen, wir können davon ausgehen, oder wir müssen in Kauf nehmen, dass Unde nach seiner Verletzung jetzt nicht mehr so stark zurückkommt. Weil das ist nun mal leider so, ne. Wenn du halt, er ist jetzt 30, klar, ist noch kein Alter, ne. Also er kann locker noch zwei Jahre spielen, auf absolutem Top-Niveau. Aber das Ding ist die Verletzung. Und die macht mir große Sorge. Und ich glaube, es könnte sogar echt Sinn machen, Panja im Auge zu behalten. Je nachdem natürlich, ob wir gleich noch einen interessanteren Spieler finden. Die mentalen Werte sind echt sehr, sehr gut. Und Fajicius, ja, gut, da ist Ünder halt gut. Aber 16, wann braucht er die halt, ne. Wie viele Distanzschuss-Tore hat Ünder gemacht? Er hat schon ein, zwei gute gemacht. Aber es ist halt nicht so ein Wert, wo wir in jedem Spiel drauf pochen oder bauen können, dass, weil Ünder das so gut kann, wie davon so krass profitieren in jedem Match. So ist es nicht. Also Panja gefällt mir dann doch schon sehr gut. Wohl dann doch eher als linksaußen, als für Pavlovic. Aber naja, Vanja Vlahovic haben wir noch rechtsaußen. Könnte relevant werden. Allerdings, wenn ich mir das hier angucke, dann eher nicht. Also ich werde ihn noch kurz behalten, werde nochmal einen Scouting-Bericht eh gleich machen von allen. Wieder linksaußen mit Shola Shartire, der von United an Valencia geliehen ist. Auch die haben keine Klausel, um seinen Vertrag einseitig zu verlängern. Da würde ich auch mal, da würde ich jetzt mal mit dem Panja vergleichen. Panja logischerweise, weil halt 5 Jahre älter, bessere mentale Werte. Phrysis ist bei Shartire. Der nimmt wieder nicht EU-Platz weg, aber Panja natürlich auch. Ich meine, Thailand gehört nicht zur EU, das wäre mir neu. Aber technisch ist Shartire schon echt gut, ne? Aber auch er hat dann nochmal deutlich schlechtere Distanzschüsse als Panja. Also zwischen Inder und Shartire sind es dann halt 7 Punkte beim Weitschuss. Ja, das ist schon, das ist dann schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Da würde ich auch noch kurz drauf behalten. Einfach nur, um gleich mal zu schauen. Dann haben wir Billigard. Billigard, ja. Bei Braga ist ein ZM, der auch rechtsaußen kann. Aber als rechtsaußen hätte er mir zu wenig Abschlussflankens dafür, aber gut. Würde ich auch mal vergleichen mit Solomon. Ja. Wenn er halt schon älter ist als Solomon, auch wenn es nur ein Jahr ist, würde ich dann schon gerne bessere mentale Werte haben. Und das hat dann der Kollege halt nicht. Adam Germo ist ein 22 Jahre alter Australier, der echt schöne Werte hat. Wundert mich so ein bisschen, dass er so eine schlechte Scouting-Empfehlung hat. Liegt dann wahrscheinlich daran, dass er schon auf seinem spielerischen Zenit ist. Gut, an Regini reicht er überhaupt nicht ran. Das ist jetzt aber auch nicht die große Überraschung. Aber an Pavlovich auch nicht. Und wenn er dann kaum noch Potenzial hat, und das ist der Fall, lassen wir das mal. Sandi Vibhava. Auch ein Zehner. Auch noch jung. Aber auch hier kommen noch Talente. Dann brauchen wir da gar nicht erst zu schauen. Die Angana. Von Leeds an Nizza geliehen. 29. Mentale Werte sind aber nicht gut genug. Da brauche ich gar nicht weiter schauen. Da gibt es dann bessere. Dann haben wir Schimanski, den wir im Sommer holen wollten. Haben dann Solomon geholt. Den werde ich auch noch drauf lassen. Michael Martin. Links aus 19-jähriger Australier. Ein bisschen Talent hat er noch. Werte sehen gut aus. Aber ich glaube, da müssen wir. Oder brauchen wir eher nicht so. Oh, wobei. Ja, die Technik ist schon sehr gut. Er ist 19. Also wir kriegen das schon hin wahrscheinlich mit den mentalen Werten. Gut, Flair kriegen wir nicht so hin. Aber der Michael Martin, der hat es schon irgendwie. Er ist halt super winzig. Mit 1,68. Aber warum halt nicht, oder? Für ein Jahr auf jeden Fall in der U20. Wenn er das könnte, wäre das gar nicht so eine schlechte Idee. Bracken müssen wir gar nicht weiter schauen. Da sind die Werte deutlich unter denen von Pavlovich. Christoph Baumgartner. Könnte aber auch noch sehr interessant sein. Heißt der, wie heißt denn der von Gladbach? Spielt er bei Gladbach? Ich glaube schon, ne? Sind die auch Baumgartner? Ich glaube, ich verwechselt es gerade. Ne, ich glaube, ich vermixt gerade. Ja, ich vermixt, glaube ich, gerade FM mit Realität. Weil Christoph Baumgartner schon ein paar Mal bei mir zu Gladbach gewechselt ist im FM. Und er für mich ein Gladbach-Spieler ist. So, aber trotzdem mal kurz vergleichen mit Pavlovich. Äh, hier. Ist Pavlovich auch wieder besser. Wir haben uns schon Spieler geholt mit richtig krassen Werten mit Pavlovich. Aber irgendwie, äh, ja, läuft es bei ihm nicht so ganz geil. Weil halt eben das Problem von Pavlovich ist, dass Regini vor seiner Nase hängt. So, hier möchte ich mal alles kurz durchscouten, damit wir dann nochmal super, super, super frische Aufträge haben. Ich hoffe, das kriegen die Scouties hin. Spielen übrigens bereits am dritten. Also, wenn ich was machen wollen würde, ich meine, wir sind da super schnell mit den Spielen fertig geworden. Aber ich glaube, ich werde gleich nochmal schön schauen auf die Spieler, die wir kaufen können. Und sobald die News da ist mit Spielern können jetzt verpflichtet werden, gucken wir darauf und dann machen wir Schluss für heute. Aber ein paar interessante Spieler waren da jetzt schon dabei. Unser Vorstandsvorsitzender fordert ein Ende der Übernahmesaga. Stimmt, ich kann ja momentan gar keine Spieler kaufen, ne? Gut, dass mir das auch mal einfällt. Also braucht es eigentlich gar nichts. Wir können jetzt erstmal nach vorne machen, bis die Übernahmegerüchte weg sind. Ach, stimmt. Ja, das ist natürlich ein bisschen selten dämlicher als von mir gewesen. Aber gut, ich habe ja noch nichts gemacht. Immerhin ist mir das vorher aufgefallen. Und nicht, als ich gerade einen Spieler holen wollte. Dann lassen wir mal die Scoutingberichte durchlaufen. Ich überlege echt, wie wir da was machen jetzt auf der linken Außenbahn. Also, Poskos wird... Wir werden auf jeden Fall mit... Äh... Ünder... 56 Millionen. Ich glaube, ich habe eine Meise, also bitte. Äh, 8,25 bestimmt. Also wir werden die Rückrunde auf jeden Fall mit Ünder und Poskos spielen. Da führt... Nur ein Weg dran vorbei, nämlich dass Poskos sich jetzt auch noch schwer verletzt innerhalb der Januar-Transferphase, was wir alle nicht hoffen, bitte. Wir haben wen im Team of the Week? Äh, Uribe. Wie sehen unsere Marktwerte mittlerweile aus? 46 Millionen bei DeLuca, 40,5 bei Netkov, Solomon 21,5. Was haben wir denn für Solomon nochmal ausgegeben? Autsch. Kein guter Transfer von mir. Generell waren die Transfers jetzt im Sommer wieder nicht so gut, ne? Also ich glaube, wir bauen eher so ein bisschen darauf auf, dass wir den Grundkern gut haben aktuell. Was haben wir denn so gekauft? Also, Troy Wren, was macht der so bei Leicester? Äh, bei Leicester von Leicester geholt. Was macht der bei Hannover? Ja, 0 Tore, 0 Vorlagen in 17 Spielen als Stürmer. Ei. Kurs ist gut. Kurs ist auf jeden Fall richtig gut. Solomon ist schlecht. DeLuca ist leider auch, ehrlich gesagt, relativ, ja, ich würde nicht sagen schlecht, aber er braucht noch ein bisschen. Also wenn, dann wird er nächstes Jahr abgehen. Pavlovich, pfff, ja, ist im Schatten, ne, von Regini. Nesovic ist sehr gut. Da bereue ich diese 5 Millionen bisher nicht. Und Marder wurde ja nur für die U20 geholt. Der wird nicht wirklich in die Bewertung eingezogen. Also Transfers hätten deutlich besser sein können. Ich glaube schon, ja. So, was haben wir jetzt hier noch so? Nischt, nischt, nischt. Nikolaj hat seinen Vertrag unterschrieben. Wir haben einige Spieler, bei denen der Vertrag halt im übernächsten Sommer ausläuft. Nikov leicht verletzt, aber er darf ja zum Glück Päuschen machen, weil wir leider auf ihn verzichten müssen gegen Lazio. Also Burtz und Uribe wird unser Innenverteidiger-Pärchen dann werden. Unsere U20 und U18 rasieren mal wieder, 6 zu 1 und 4 zu 0. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt keiner mal wissen, was jetzt so mit den Takeover-Gerüchten ist. Pass mal auf, wir werden jetzt halt gezündet, ne. Also, boah, dann raste ich aus. Haben halt eine gute Chance auf die Meisterschaft dieses Jahr und dann werde ich gezündet. Das wäre dann sehr lustig. Und extrem ekelhaft. Übernahme-Gerüchte geraten in Stocken. Meine Güte, ey. Kannst du denn, dass wir seit einem Monat jetzt einfach ein Transfer-Embargo haben? Ich glaube schon, ne? So, ich habe Trainer des Jahres gewonnen in der Serie A. Hey, sehr schön. Also, der Verein hat anscheinend Zweifel, ob irgendeiner dieser Parteien genug finanzielle Mittel hat, um es geschafft hat, abzuschließen. Und deswegen wird es erwogen, die Verhandlungen gänzlich zu beenden. So, jetzt könnten wir den Spielern einen Vertrag anbieten. Das Problem ist, Transfer-Embargo sagt momentan nein. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passieren durfte. Es sind sehr viele, die Interesse von anderen Vereinen haben. Normalerweise passiert das nicht innerhalb der ersten paar Tage. Und normalerweise passiert das eigentlich mit den anderen Vereinen erst, wenn du selbst ein Angebot raushaust. Aber ich will jetzt nicht irgendwie was Blödes klicken. Auch nicht irgendwie fragen bei dem Agenten oder so, ob der Bock hat. Weil genau dann passiert nämlich das, dass die anderen Vereine da ein Angebot machen. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Mich ärgert es jetzt ein bisschen, dass ich nicht daran gedacht habe, dass wir natürlich kein Angebot machen können. Weil, ehrlich gesagt, waren die letzten paar Minütchen jetzt ein bisschen unnötig. Klar, wir haben ein paar Spieler aussortiert. Und wir haben auch gesehen, dass der ein oder andere Spieler bei den Vertragslosen interessant ist, das Problem ist. Aber wir können halt nichts machen. 31. Dezember. Regini ist European Golden Boy. Nice, Kollege. 43 Spiele, 16 Tore, 15 Vorlagen. Hat er sich verdient. Ist ein unglaubliches Talent. Wir haben ihn halt für 6 Millionen von Milan geholt. Sein Marktwert ist halt absolut lächerlich. Der Typ muss halt locker 60 Millionen wert sein. Aber hey, dadurch halten die anderen Vereine auch erstmal ihre Backen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir den haben. Ein unglaublich guter Spieler. 20 Jahre alt halt. 20 Jahre alt. Macht demnächst sein 100. Ligaspiel für uns. Und fast alle davon waren gut. Also er ist halt auch super konstant zum Glück. Wovon wir nicht viele Spieler haben. Wir müssen uns die halt langsam und benächtig raussuchen, die halt wirklich konstant sind. Wir haben einige Spieler schon gehabt, die eine Saison halt echt gut waren. Gerade Andres. Und danach halt ziemlich... Ja, ziemlich mau waren. Das habe ich des Öfteren dieses Jahr. Das ist generell kein gutes Jahr für mich. Auch wenn ich in anderen Saves deutlich, 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 deutlich mehr gewonnen habe. Aber... So den richtigen Flow und eine konstante, gute Entwicklung meiner Spieler habe ich leider nicht hinbekommen dieses Jahr. So, 5th Pro World XI haben wir keinen drin. Was haben wir denn da so schön? Savonov von Chelsea, Alexander-Arnold, De Ligt, Bastoni, Vasquez, Oedegaard, Havertz, Kulusewski, Pedri, Sané und Haaland. Auf der Bank haben wir Testingen, Laporte über Meccano, Foden, Badia, Mozilla und Mbappé. Also es sind nur zwei Regents, oder? Wobei, was ist das für ein Vasquez? Jesus Vasquez, okay. Savonov ist ein Regen, nämlich... Nee. Who the fuck bist du? Kenn ich nicht. Aber ist einer der besten Keeper der Welt. Oder der beste Keeper der Welt. Dann... Badia vielleicht? Ah. Oh, holy shit. 100 Millionen. Oh, ho, ho, ho. War von Barca geholt. 26 für 180 Millionen. Jawollobudi. Haaland hat einen Marktwert von 152 Millionen. Fuck auf, Alter. Aber 57 Toren, 75 Länder spielen. Was für eine Maschine. Unglaublich. Unfucking glaublich, ey. Und frohes Neues, ne? Ich glaube, wir werden die Folge jetzt hier immer noch ohne... Transferfreigabe. Ben... Und haben jetzt nur ein bisschen hin und her geguckt anscheinend. Ne, wichtige Termine ist wurscht. Schafe versucht jetzt Stallpässe. Sehr schön. Und wir haben Uribe und Kroos im Team des Monats. Was meint ihr? Kommt da jetzt noch was? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass wir vor Lazio noch... Die Takeover-Gerüchte weg haben. Normalerweise geht's eigentlich relativ schnell nach dieser E-Mail, ne? Von wegen, es bricht gleich zusammen. Das war jetzt knapp, ne? Aber wir haben jetzt kein Linksaußen für Lazio. Das ist Busy sehr kacke. Ich muss ihn eigentlich fit spritzen. Fit spritzen und dann hoffen, dass er bis Inter wieder fit wird. Ei. Und ich sag's auch noch, ne? Solange sich Postkurs nicht verletzt. Ja, super. Jetzt verletzt er sich aber halt. Fuck. Nicht gut. Laufen jetzt auf der allerletzten Rille auf der linken Außenbahn. Das ist nicht gut. Also normalerweise geht's eigentlich relativ schnell mit den Gerüchten, wenn halt da steht, dass die kurz beim Zusammenbruch sind. Das Problem ist, normalerweise geht's auch deutlich schneller als einen Monat und das war's jetzt bisher bei uns. Ah, Netkov, ne, 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 ne. Immer noch nix. Der wird nicht für 55 Millionen wechseln. Packt man eine Eins davor, dann vielleicht. Also macht's gerne, weil das ist nämlich deutlich was in der Ausstiegsklausel. Sollten wir vielleicht im Moment Netkov verlängern, damit der jetzt nicht unsettelt wird, wenn Angebote reinkommen, gerade von Barthorn, wie diese ablehnen werden, weil halt die sich daran orientieren werden und nur 55 Millionen ausgeben werden. Können vielleicht Sinn machen, oder? Allerdings wird's wieder ein großes, großes Loch in unsere Finanzen reißen. Ah, Angere macht ein Angebot für Short Tire, das ist nicht schön, weil wir eben nix machen können. Ja, abgeben können wir, toll, schön. Aber ein Angebot selbst machen dürfen wir halt leider nicht, ne. Nope. Leute, ihr macht gerade den Verein kaputt, ne, nur mal so. Hi Netkov, willst du? Ne, würde gerade nicht wollen. Schauen wir, was die anderen machen, aber ich glaube, vor Lazio wird leider nichts mehr passieren. Ich hoffe ja so ein bisschen noch, dass dann einfach jetzt gerade oder gleich die News kommt und wir wenigstens bei den ablösefreien Splans schon ein Angebot machen können, damit wir wenigstens da was gemacht haben. Ja, aber ich glaube leider nicht. Nipp. Juve hat gewonnen. Inter hat verloren. 3 zu 2 gegen Parma haben sie verloren. Oh, nice. Wenn wir also gegen Lazio gewinnen könnten, hätten wir trotzdem gegeben, dem Fall, dass Inter das nächste Spiel gewinnt, noch einen Punkt Vorsprung hat, oder? Ne, Quatsch, hätten wir ja dann immer noch genug Vorsprung, und zwar 4 Punkte, je nachdem und nach Ergebnis natürlich auch, wenn wir gegen Inter verlieren sollten. Oh, wir müssen gegen Lazio unbedingt gewinnen. Das Lazio-Spiel ist wichtiger als das Inter-Spiel, weil wir den Fehler jetzt ausnutzen müssen von Inter. Oh, Parma, ihr könntet einen Riesenschritt machen, aber Juve wird auch so rankommen, ne? Ei, ei, ei. Das könnte, das könnte interessant werden. Ja, und zu den Übernahmegerüchten gibt es wirklich nichts. Letzte Chance jetzt wahrscheinlich? Lazio, wow. 12,5 Millionen, ja. Warum hat sie da halt so einen niedrigen Marktwert, ne? Das ist halt auch irgendwie skandalös. Ich hoffe, der ist jetzt nicht sauer auf mich. Auch ein bisschen asozial, ne, das ein paar Stunden vor unserem Spiel zu machen. Ja, gut. Ja, lassen wir das Spiel noch machen, oder? Oder? Ja, komm, Gönnung. Lazio. Weil wir haben nichts gemacht jetzt. 4, 2, 3, 1. Immobilie, Hauge, O'Day vorne. Bin auch sehr traurig. Okay, auf der Doppel-6. Netkov und Reranokia müssen raus. Kabianca kann wieder mit. Und ich würde Kabianca auch für diese Partie reinpacken, weil Salah war jetzt nicht so gut und das gegen den schlechten Gegner. So, Burtz kommt rein. Rodriguez kommt natürlich auch noch mit. Posco ist fit gespritzt. Und wir gehen auf ein 4, 1, 4, 1. Vertrautheit könnte ein bisschen besser sein, ne? Aber kriegen wir schon hin. Kachala spielt, Jungs. Das ist ein enorm wichtiges Spiel. Traore bekommt eine Rücknummer, und zwar die 34. Burtz und Kabianca die Änderungen im Gegensatz zum letzten Spiel. Lazio ist eine enorm wichtige Partie für uns, Jungs. Auf geht's. Auf geht's. Bin super gespannt. Kabianca mit dem Einwurf auf Poscos. Flanke kommt auf Kachala, der den Ball leider nicht kriegt. Burtz, alles gut. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich auch keine Sorgen um Burtz machen, ey. Junge war halt bisher immer überragend. Anders als diese Flanke leider. Kabianca und Preschenini. Kabianca läuft. Preschenini hat sich jetzt leider ein bisschen doof positioniert. Boah, ist risky, was wir hier gerade spielen. Vor allem mit dem Stürmer, der da vorne bei Lazio steht. Kabianca, das war ein guter Ball. Kabianca und Kachala. Oh, ich hasse diese Kopfbälle mit ihm. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Schade. War eine schöne Flanke von Kabianca. Leider konnte Kachala die eben nicht verwerten. Lazio gleich mal mit dem ersten Torschuss. Gut für uns, dass die nicht mit dem ersten Torschuss gleich treffen. Sila mit der gelben Karte in der 18. Minute. Wir können heute auf der 8 nicht wechseln. Weil Imranok ja gesperrt ist. Also Sila reißt sich zusammen. Die Luca auch wieder überragend mit seiner 6,5. Schwierige Partie. Sehr schwierige Partie. Lazio macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Die decken richtig gut. Und der Ball war leider super dumm. Warum gehen wir den Ball halt einfach so einfach her? Es muss doch nicht sein. Und wir decken eben nicht gut. Die Auftrung bei Lazio ist überragend. Genauso wie der Abschluss und der Pass. 1 zu 0 Lazio. Das war nix. Ganz, 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 ganz schlechte Deckung. Genau das, was Lazio momentan perfektioniert in diesem Spiel. Wir haben halt keinen freien Spieler quasi. Weshalb wahrscheinlich unser Spieler auch gerade diesen dummen langen Ball gemacht hat. Jungs, kommts. Wir haben hier noch kaum was generiert. Es ist natürlich schade, dass Kachala den Ball aus 2 cm Entfernung 15 Meter drüber köpft. So wie immer im FM. Und wir werden wahrscheinlich gleich schon mehr Risiko... Fuck. Ey, was ist... Oh, Knie. Ach du Schande. Ach du Schande das Knie bei Kachala. Bei unserem besten Rechtsaußen bisher. Oh, 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 oh. Wir gehen jetzt auch gleich mit dem Tempo nach vorne. Genauso wie mit den Spielern. Ja, Solomon, was ist los? Ängstlich. Fuck off, Junge. Du wurdest geholt, um die rechte Seite zu stabilisieren. Nicht, dass du dir einscheißt halt. Da ist er. Komm. Pass, pass. Eigentlich wollte ich den Pass da vorne, aber... Ja, Poskus, das war ein guter Ball von Kabyanka. Muss nochmal zurückgehen auf Kabyanka. Flanke kommt. Regini. Ach, diese Kopfball im FM. Immer drüber. Sila mit einer 6, 5. Bütz. Yes, Solomon. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Geht doch. 1-1 Ausgleich. Sollen Baluzza reinbringen für Brescianini? Ich denke eher nicht. Jungs, der geht noch mehr. Ist das ein Nesovic-Spiel? Weil Deluca wieder nichts macht. Mein Gefühl sagt ja. Ich vertraue Nesovic. Der macht das. 4 zu 4 Torschüsse. Lazio ist wieder ordentlich rangekommen. Gut, wir sind auch offener als sonst gerade. Gegen solche Gegner. Kabyanka mit gelb. 5 Minuten noch. Unentschieden. Niederlage oder Sieg. Ist das noch alles drin? Taricone. Auf Bürz. Regini. Komm. Hat der noch eine gute Idee? Oh, er hat eine ganz dumme Idee. Immobile. Immobile mit einem guten Ball. Und Taricone ist zum Glück da. Oh, okay. Pavlovich rein mit dir. Aber die sehen das noch nicht vorbei. Taricone lang. Nesovic gut. Nesovic ist... Ah, läuft leider nicht los. Solomon verliert den Ball. Kroos kriegt ihn zurück. Flanke kommt auf... Nesovic! Yes! Ich sag euch doch. Der Junge ist gut. Der Junge macht das. Eine Maschine. Maschinchen. Sehr nice. Okay, Pavlovich kommt trotzdem rein für Regini. Zeitspiel. Flügelverteidiger gehen, Außenverteidiger unterstützen. Und Flügelverteidiger gehen auf... Unterstützen an sich. Jetzt macht nicht den gleichen Fehler wie beim letzten Mal. Als wir es auch wieder hergegeben haben. Mirzala geht auch auf unterstützen. Wobei, wir müssen einen Spieler noch mindestens auf Angreifen haben. Ansonsten gehen wir zu passiv in diese Schlussphase rein. Diszipliniert das Spiel, bitte. Oh, Nesovic! Nesovic! Was für eine Maschine! Aber es ist halt leider noch nicht vorbei, ne? Und Lazio ist genau so eine Mannschaft, die so einen richtigen... Ne, die können so richtig Arschloch sein, ne? Die können einen richtig die Laune vermiesen. Es gibt sechs Minuten oben drauf. Das sagt mir auch ein bisschen, dass die Verletzung von Kachala wohl schwer wiegen muss. Zwei Minuten noch. Eine noch. Yes! Nesovic! Du Gott! Du Gott! Was für ein geiler Typ! Und Kachala... Ich hoffe, es sind weniger als drei Monate. Aber ich habe ein enorm schlechtes Gefühl. Das war leider klar. Oh, fuck! Das kann doch nicht wahr sein. Eine riesige Leistung bisher in seiner ersten Profisaison. Drei Tore, drei Vorlagen in sieben Spielen. Und jetzt ein Ausfall von zehn Monaten mit einem Kreuzi. Der zweite Kreuzbandriss bei uns nach Mancini. Und wir haben ja gesehen, wie es bei ihm geendet ist, ne? Postkurs drei bis vier Tage noch. Ich wusste es ehrlich gesagt. Als ich gesehen habe, Knie, dachte ich mir schon, oh shit. Und dann, als die sechs Minuten um waren... Ach, Mann. Ist das bitter, ey. Neun bis zehn Monate. Der war so gut, Leute. Der war so gut. Uff. Ei, ei, ei. Das tut richtig weh. Das tut so enorm krass weh. Neun bis zehn Monate fällt Kachala aus. Boah. Das ist hart. Ich, ich... Ach, Gott, ey. Ach, Gott, ey. Ach, Gott, ey. Ich bin nicht verbittert. Ich bin einfach nur traurig. Inter... Was seid ihr denn alle für asoziale Penner? Eben macht Latteon-Angebot für Silla kurz vorm Spiel. Jetzt macht Inter kurz vorm Spiel Angebot für Netkov. What the fuck? Verpisst euch. Was seid ihr denn für Arschlöcher? Also, sorry, aber ist halt so. Ach. Oh, Leute, ey. Neun bis zehn Monate. Der Typ hat gerade so viel Spaß gemacht, ne? Ei, ei, ei. Da haben wir 19 Spiele. Null Tore, null Vorlagen. Ich glaube, der Franzose ist echt eine sehr interessante Variante für die nächste Saison. Ich mache jetzt noch einmal nach vorne. Gucke, ob vielleicht was wegen den Übernahmegerüchten zustande kommt. Ansonsten machen wir Schluss für heute. Mit einem lachenden Auge, weil wir haben mittlerweile Vorsprung auf Inter vier Punkte. Wenn wir verlieren sollten, wären es halt nur zwei. Ihm konnte ich anscheinend nicht rechnen, aber es ist halt auch ganz, ganz schlimm. Kachala, neun bis zehn Monate mit einem Kreuzi. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Na gut. Oder eben nicht gut. Ich würde sagen, nächste Folge sehen wir uns wieder. Das ganze Jahr am Montag. Aha, schönes Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Holt euch kein Kreuzi. Bitte. Übernahme fällt ins Wasser. Okay. Und Vorstand hebt Transferspür auf. Dann können wir ab der nächsten Folge sofort schauen, was wir mit den Rechtsaußen machen. Weil wir müssen uns... Meine Entscheidung ist jetzt gefallen. Wir werden uns einen von diesen Splen holen. BMO zwei Tage. Okay, vier Wochen. Okay, das wäre noch in Ordnung. Ich werde mal schauen. Wir werden schon eine kleine Auswahl machen. Und dann einen Plan machen, was wir uns zu kaufen werden. Weil mit Andres und Solomon habe ich kein gutes Gefühl in der Rückrunde. Mit Kachala habe ich ein gutes Gefühl gehabt. So bitter, Leute. So bitter. Sehen wir uns am Montag wieder. Bis dahin. Tschö.